Mit jeder Minute, die die Besetzung des ukrainischen Territoriums andauert, gerät Russland in noch größere Schwierigkeiten. Neulich wurde ein russischer Oberst von seinen eigenen Männern in den Kopf geschossen, nachdem er von Wladimir Putins Warlords ins Visier genommen worden war. Schauen wir uns an, was passiert ist. Berichten zufolge wurde der 39-jährige Oberstleutnant Albert Admozaev von Anhängern des tschetschenischen Führers Ramzan Kadyrov getötet. Der Mord fand in Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens statt. Die Behörden glauben, dass Kadyrov eine große Privatarmee zusammenstellt, um Putins Truppen in der Ukraine zu unterstützen. Admozaev wurde von Wachleuten liquidiert, als er vor dem Akhmat-Arena-Stadion vorbeiging. Als er nicht anhielt, gaben die Männer Warnschüsse ab, bevor sie ihm in den Kopf schossen. Einige Beamte glauben, dass Putin bereit ist, sich stärker auf die Unterstützung von Kadyrovs tschetschenischen Soldaten zu verlassen. Bekanntlich wurde der Anführer der Wagner-Gruppe, Yevgeny Prigorshin, im vergangenen Jahr in einer Aktion getötet, die viele als Attentat auf Putin ansehen. Danach sollen tschetschenische Soldaten die Rolle der Wagner-Gruppe übernehmen. Putin erklärte, dass Prigorshin starb, nachdem Granaten auf das Flugzeug geworfen wurden, in dem sich Prigorshin und seine Kollegen befanden. Kadyrov hat sich in den letzten Jahren als ein sehr wichtiger Verbündeter Putins erwiesen. Der tschetschenische Staatschef hat auch einige seiner Familienmitglieder in Leitendepositionen in Tschetschenien gebracht. Die jüngste Ernennung war die seiner 24-jährigen Tochter, Kadyzat Kadyrova. Sie wurde zur stellvertretenden Leiterin der Kadyrov-Verwaltung ernannt. Eine weitere ihrer Töchter, die 25-jährige Aishat, wurde im Oktober zur stellvertretenden Premierministerin Tschetscheniens ernannt. Im November erhielt sein ältester Sohn, Ahmad, 18, den Posten des stellvertretenden Ministers für Sport und Jugendpolitik. Kadyrovs Schwiegersohn, Viskan Matsuev, Ehemann der 26-jährigen Aishak, ist Landwirtschaftsminister. Sein Schwager, Ramzan Cherkigov, ist Verkehrsminister und sein Neffe Kamsad, 27, wurde letztes Jahr Kadyrovs Berater in Sicherheitsfragen. Im November wurde berichtet, dass Kadyro seinen 15-jährigen Sohn Adam zu seinem Nachfolger in Tschetschenien ernannt hat. Adam wurde damals dafür gelobt, dass er einen Gefangenen verprügelt hatte, der der Koranschändung beschuldigt wurde. Ben Noble, außerordentlicher Professor für russische Politik am University College London, kommentierte. Ramzan Kadyrov bietet seiner Familie Unterstützung für den Fall, dass er ernsthaft krank wird. Der Russland-Experte Mark Gagliotti fügte hinzu, Kadyrov muss sich Gedanken über eine Zukunft machen, in der er entweder nicht mehr da ist oder von der Macht zurücktreten muss. Während sich die Ukraine weiterhin im Zentrum von Offensivoperationen hoher Intensität befindet, hat sich Präsident Volodymyr Zelensky nicht zur Entlassung seines Stabschefs Valery Zaluznyi geäußert. Alexander Sierski, ein möglicher Kandidat für die Nachfolge des derzeitigen Stabschefs, besuchte die Truppen in der Nähe von Kupiansk in der Region Tscharkiv und konnte sich aus erster Hand von den schweren Kämpfen überzeugen. Sierski erklärte dies. Die operative Lage bleibt aufgrund der schweren Kämpfe in allen Bereichen der Frontlinie angespannt. Inmitten von Spekulationen über eine mögliche Entlassung Zelenskys ging Sierski nicht direkt auf diese Gerüchte ein, sondern verwies auf die kritische Frage der Truppenstärke und die laufende Verstärkung durch Russland. Sierski führte seine Ausführungen wie folgt fort. Der Feind setzt seine Offensivoperationen mit hoher Intensität fort und führt ständig neue Reserven heran. Es stellte sich heraus, dass die Spannungen zwischen Zelensky und Zaluznyi eskaliert waren. Der Präsident zögerte, den Aufruf des Generalstabschefs zur Mobilisierung von bis zu einer halben Million Menschen zu unterstützen, was zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen ihnen führte. Das Präsidialamt hat Berichte über die Ablösung von Zaluznyi dementiert, aber Quellen deuten darauf hin, dass eine Ankündigung bald erfolgen wird. Zaluznyi hat seine Frustration zum Ausdruck gebracht und auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die Personalstärke der ukrainischen Streitkräfte zu verbessern, ohne zu unpopulären Maßnahmen zu greifen. Unterdessen wurden die ukrainischen Streitkräfte in der Region um Kupiansk zurückgedrängt, als sie sich dem zunehmenden Druck der russischen Streitkräfte ausgesetzt sahen, insbesondere um das Dorf Tabarivka. Ein hochrangiger Armeesprecher, Ilya Jeflasch, betonte die Herausforderungen, vor denen die Ukraine steht. Jeflasch äußerte sich wie folgt. Die Russen sind uns sowohl bei der Ausrüstung als auch beim Personal überlegen. Wir brauchen sehr viel Munition, um diese Stärke und Dichte zu zerstören. In der Stadt Bakhmut, die seit über einem Jahr im Mittelpunkt der Kämpfe steht, wollen die russischen Streitkräfte auf die stark militarisierte Stadt, Chassiv-Yar, vorrücken. Ein Mitglied eines Scharfschützenzuges, der in diesem Gebiet stationiert ist, wies auf den Tribut der ständigen Kämpfe hin und erklärte, dass sowohl die ukrainischen als auch die russischen Soldaten erschöpft seien. Wir befinden uns im Verteidigungsmodus und halten den Feind zurück. Sowohl unsere Männer als auch die Männer des Feindes sind erschöpft. Später am Tag gab der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte eine Erklärung zu den Kämpfen an der Front ab. Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig. Im Laufe des Tages kam es zu 81 Zusammenstößen. Der Feind führte 45 Angriffe auf ukrainische Stellungen durch, darunter vier Raketenangriffe und 17 Luftangriffe sowie mehrere Raketenwerfer. Während der Kämpfe wurden viele russische Eindringlinge liquidiert. Privathäuser und Wohnblocks sowie andere zivile Infrastruktur wurden beschädigt und zerstört. In den Richtungen Wolin und Polizia änderte sich die Lage nicht wesentlich. In den Regionen Sivaschina und Slobodzanschina hält der Feind seine militärische Präsenz in Grenznähe aufrecht und führt Sabotage- und Aufklärungsmissionen durch. Gleichzeitig greift der Feind vom Territorium der russischen Föderation aus bewohnte Gebiete in diesen Regionen an. Der Feind organisierte Luftangriffe auf die Bezirke Veterinarne, Okremivka und Malawovca in der Region Tscharkiv. Mehr als 20 Siedlungen, darunter Pokrovka und Kostiantinivka in der Region Sumi, wurden von feindlicher Artillerie und Mörsern getroffen, ebenso wie Kosatschalopan und Malawovca in der Region Tscharkiv. In Richtung Kupiansk gelang es ukrainischen Kämpfern, den Feind zurückzuschlagen. In den folgenden Stunden führten die Russen keine Offensivoperationen im Gebiet Pischane, im Gebiet Tscharkiv durch. Mehr als 15 Siedlungen, darunter Sünkivka und Kotliarivka in der Region Tscharkiv, gerieten unter Artillerie und Mörserbeschuss. In der Nähe von Bilohorivka, im Gebiet Luhansk, wurden 14 feindliche Angriffe zurückgeschlagen. Nördlich von Terni und Ryhorivka in der Region Donetsk, wo der Feind versucht, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, wurden die Kämpfe verstärkt. Etwa zehn Siedlungen, darunter Bilohorivka in der Region Luhansk und Torske in der Region Donetsk, wurden mit Artillerie und Mörsergranaten beschossen. Andererseits schlugen die ukrainischen Verteidigungskräfte acht Angriffe in den Bezirken Bodanivka und Klištschivka im Gebiet Donetsk zurück, wo der Feind versuchte, seine taktische Position zu verbessern. Etwa zehn Siedlungen, darunter Ryhorivka, Bodanivka, Klištschivka und Andrivka im Gebiet Donetsk, wurden mit Artillerie und Mörsern beschossen. Die ukrainischen Verteidigungskräfte halten den Feind weiterhin in der Nähe von Heorhivka, Pobeda und Novomikailivka in der Region Donetsk auf. Die Angreifer haben 14 Mal versucht, ihre taktische Position zu verbessern. Krasnohorivka, Heorhivka, Pobeda, Novomikailivka und Paraskovivka gerieten unter Artillerie und Mörserbeschuss. Die russische Besatzung führte in Staromajorske, in der Region Donetsk, keine Offensivoperationen durch. Etwa zehn Siedlungen, darunter Vulida und Uroseine in der Region Donetsk, wurden mit Artillerie und Mörsergranaten beschossen. Mörser varieties